Herzlich Willkommen zu einer neuen Map von Golfit mit Namine und mir. Guten Tag! Wir haben jetzt mal das Mikrofon bei uns in die Mitte gestellt. Das heißt, ihr hört uns jetzt beide gleich laut. Wir müssen mal schauen, ob das so funktioniert, weil bei den alten Aufnahmen war es meistens so, dass ein bisschen beide Mikrofone gehört wurden und sowas und das war einfach nicht so schön. Deswegen probieren wir jetzt mal den Modus und hoffen, dass es so auf jeden Fall besser ist. Hat er es geladen bei dir, ne? Ja, machst du noch das Autoscoreboard an und vielleicht mal 2,30? Okay, drei Minuten, Autoscoreboard. So, wir haben jetzt zuhört. Okay, ja. Passt. Nie das machen, was die Frau will. Das ist wichtig. Ja, ich bin bereit. Okay, sehr schön. Match start. Was war das für eine Map? Das ist eine gute Frage. Jujusbury. Okay, das Loch ist da hinten. So weit? Ein? Genau so. Wo ist denn das? Vielleicht da hinten dort. Ah, okay. Ich bin drin. Ohne zu gucken. Vorher. Uh. Ja. War zu weit. Ich bin zu stark. Nein. Wie knapp. Also der Start ist ja schon mal optimal. Beim Schläge. Ja, ich habe 3. Also das ist auch nicht viel weniger. Oh, sogar ein Hint. Quest. Quest. Fest. Das Loch. Da hinten. Okay. Also so war das gar nicht geplant, aber cool, ja. Ja. Ich wollte da hinten stehen bleiben. Ich glaube, das mache ich auch mal. Nein. Bleib ja stehen. Oh nein. Nein. Hole in one. Ich lasse dich immer jetzt erst aus das Schlagen. Warum? Das ist doch scheiße. Du masch mir immer alles nach und masch es dann besser. Ich habe die Idee und du masch es dann besser. Nicht so eine aggressive Wortwahl hier. Drunk outside the pub. Nein. Ah, verdammt. Das sieht so gut aus. Hole in one. Hahaha. Gibt es da zwei Löcher? Sieht so aus. Ballgesicht. Oh, in voll Akko sein und dann selber hole in one machen. Sehr gut. So muss das sein. Jungs, überlegt euch das gut mit so einer Frau. Die ist manchmal ein bisschen komisch. Manchmal. Immer. Das war eigentlich ironisch von ihr gemeint, aber das stimmt. Hahaha. Wollt ihr immer noch von der Tee? Ich auch. Nein. Nein. Das war eine coole Idee. Wie meint das jetzt? Oh nein, ich bin wieder rausgehüpft. Jawoll. So muss das. Ich bin wieder rausgehüpft. Ich bin wieder rausgehüpft. Und du schaffst es natürlich. Obwohl du genauso festgeschlagen hast. Klar. Ja. Ja. Super. Ja. Ja. Mit Gefühlen geht alles. So mal kurz auf die Map gucken. The Land of Desperate heißt die Map. Map. Patch some water. Ich sag mal mal ein bisschen. Schau. Äh? Ich bin wieder nach unten. Ich dachte das wäre eine coole Idee. Ach. Da muss man sogar hin. Patch some water. Okay. Also im Loch war Wasser. Aber ansonsten habe ich kein Wasser gesehen. Ich auch noch nicht. Und er rollt noch. Obwohl ich ihn wieder schlagen kann. Uh. Das war knapp. Minimal. Ne Pfütze. Hat vorher geregnet hier auf dem Platz. Deswegen ist er ein bisschen rutschiger und daher nicht so griffig. Ähm. Aha. Also hier muss ich jetzt mal schauen. Denn ich hab. Müssen wir hinter dem Holz rein? Ja, sieht so aus. Über die Schanzen. Ja, sieht so aus. Ist er so vielleicht? Schräg vielleicht. Ein bisschen mehr. Hast du schon geschafft? Nein. Ein bisschen mehr. Also vielleicht ist das noch komplett falsch. Das weiß ich auch nicht. Nein. Also ich weiß ja nicht was du machst. Aber meins ist sicher richtig. Ich weiß ja nicht was du machst. Aber meins ist sicher richtig. Also ich bin jetzt mal auf dem Ding liegen geblieben. Und ich bin im Loch. Also meins war richtig. Ich bleibe die ganze Zeit bei einem Pfeil da hängen. Ich hab die andere Seite genommen. Oh. Mal zu schräg, würde ich sagen. Und zu schwach. Wie viele Schläge habe ich gebraucht? Hier. Hier. Angeber. 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 Einfach so. Immer die gleiche schlechte Wahl. Du musst ein bisschen schräger. Noch schräger. Aber da bin ich ja kaum hoch. Ja, brauchst du ja nicht so hoch. Musst ja nur da rüber kommen. Verstehe ich nicht. Dann klappt das bei dir nicht. Ich will nochmal die Seite. Gegen die Bande und dann rüber. Auf sich gemacht. Ja so. Cool. Und nicht gleich so. Weiß ich auch nicht. Yay. Ich hab immer eine Eins dran stehen. Juhuu. Ich bin nur neun hinten. Das ist fast gut. Nice. Wie sehen muss ich jetzt? Warte. Hallo? Hi. Nein. Ich hab die Ecke getroffen. Glückwunsch. Uh. Olin one and two wieder. Sehr schön. Ja. Flicky. Sticky. Sticky. So weit hinten. Da kann man nicht abgucken. Da vorne schlägt er auf die ganze Zeit. Da ist ne Wippe. Man könnte wahrscheinlich auch mit nem Hole in one da drüben in das Loch. Das wäre hier nicht mit Absicht offen. Ich versuch's mal normal. Weil das hab ich eh nicht. Ja dann mach das doch mit dem Hole. Du hättest doch gut an. Doch. Ein plöppling 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 plöppling. Fall runter. Oh mein Pusten hat nichts genutzt. Hat gepustet? Ja. Hallo. Ich bin wieder neunt hintendran. Ich bin wieder neunt hintendran. Ich bin wieder neunt hintendran. Oh da gibt's jetzt zwei Löcher und man kann auch noch... Achso ok. Wenn ich nach unten spiele ganz langsam. Dann ist das das gleiche wie das was jetzt Elmore gemacht hat. Aber man sollte dann da oben bis noch... Kann ich da auch... Jetzt muss ich kurz... Ne das... Ach dann musst du doch gucken. Aha. Aha. So knapp. Ich bin... Millimeter zu weit oben gelandet. Aha. Blöppling 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 blöp. Boah. Boah. Das war mal gut. Oh da ist hier nur so ein schmales Ding. Dafür lieg ich jetzt aber echt... Bescheiden, ne? Ja nochmal fünfmal so, dann passt das. Nee jetzt müsste ich... Da oben ist gerade, ne? Da oben ist nicht gerade. Ach da oben ist gerade. Hier. Frei bisschen weg. So. Bisschen. Okay. Okay. Ich hab's geschafft. Nein. Drüber gesprungen. Drüber gesprungen. Oh wie knapp. Nein und ich hab's nicht über die Schanze geschafft. Oh war das knapp. Nicht drüber gesprungen. Ah übers Loch gesprungen. Einmal vorher aufgehüpfen und danach wieder. Ich sehe das Loch noch nicht. Oh vielleicht. Nein. Was sah so gut aus. Ah verdammt. What the ship go up. Ah da oben ist was. Schauen wir mal. Fest geschlagen. Aggressiv. Oh ja. Ja. Nochmal. Board the ship. Da ist ein Pilzen riesig. Ach so. Da drüben. Auf das Schiff da. Da drüben ist ne... Was da hoch? Nee ich glaub weiter vor. Glaube ich auch. Da in Richtung Ziel. Ja. Wahrscheinlich. Oh das war zu wenig. Jetzt bin ich irgendwo oben. Halt. Nicht runterspringen. Boah. Ja hier jetzt ne. Ah da geht da oben weg. Wieso bin ich so schwach auf der Hand? Da war noch Holz. Was mich hier zurückgehauen hat. Was? Warum bist du so schwach auf der Hand? Oh jetzt bin ich zu stark. Oh da waren Segel. Weiß das. Lande ich noch auf der Met? Gute Frage. Nein. Aber nicht hinter dem Holz. Nicht hinter dem. Oh ja. Ich hab die Spinne getroffen da oben. Oh. Ich werde sehen was du Spannendes machst. So. Oh der war gut. Nein. 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 Und wieder nach unten. Warte wo bin ich jetzt ein bisschen mittig? Leid. Ich hab vorhin eine Spinne getroffen. Das war doof. Oh. Geschafft. Sehr gut. Ich bin. Ich bin ein ran gekommen. Ein ran gekommen. Oh wir fallen. Schon ein bisschen näher. Through this boat I'm leaving. Also in die Kanone oder? Und dann. Oh. Dann nach hinten. Äh? Normal halt ne? Du doch auch oder? Das ist auch drin. Nein. Ach nein. Ach nein. Ich bin hier irgendwo im Felsen. Das wäre ein hole in one dann. Ja. Natürlich. Na ja. Versuch. Der kommt. Jawoll. Ui. Ja gut. Ja gut. Und da hinten war Wasser und Gras überlappend. Not too fast. Not too fast. Gutes Loch oder? Bin nicht zu schnell. Auch nicht. Ah. Da ist Eis. Ein bisschen. Da wird man ein bisschen schneller. Ah der geht runter. Ja. Boah wie knapp. Volle. Aber ich bin weiter links. das hat so irgendwie. Sehr viele Pilze. Uh. Okay. Jetzt zu Häuser. Du Pilze zu. Da kann man halt zugucken ne? Ja. Uh. Oh oh. Oh oh. Kante. Hup. 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 Hallo. Ja. Wann ich bin jetzt? Uh. Das war's. Das war's. Ich sehe das Loch. Ich sehe das Loch. Ich fall nicht rein. Oh. Oh. Doch. Ich bin auch reingekommen. Oh. Ich auch. Jawoll. Oh. Oh. Into the cave. Oh. Ich bin ein bisschen schräg oder? Ne. Was? Into the cave. Ja. Hießt ne? Wir müssen jetzt rüber auf die dunklere braune oder? Dunkle Seite der Macht. Oh. Das klappt zu wenig. Das ist zu wenig. Das ist. Wir können das machen. Rüber. Oh. 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 Ist es angekommen? Abgeprallt. Aber angekommen? Ja. Hä? Ich bin drehen. Da leuchtet alles. Ja. Ich sehe kaum was. Oh. Es gibt sogar Lichtreflexionen. Siehst du das? Oh. Das bist du noch gar nicht mehr sieht. Ah, daneben. Schade. Ja. Gott. Wieso holst du so auf? Oh. 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 Soll ich mich beeilen? Nein, vielleicht kommt bei irgendeinem Geist. Nein, nein, nein! Wundergewirr. Er ist schon wieder daneben. Meiner Skull. Was, wo ist ein Skull? Boah, achso, gut. Reward, one crystal. Noch weiter, noch weiter, noch weiter. Ach komm, also jetzt hast du mich aber dann bald eingeholt. Hoffentlich. Es ist voll nervig hier. Ich find's gut. Nein. Kroll vorbei, komm. Ja. Nein, nicht kristall. Boah, knapp. The hero will rise. Und da rein. Jawoll, sehr schön. Ah, da bin ich glaub ich irgendwie drüber gesprungen vorhin. Blatt drüber und über die Kristalle? Ich glaub schon, irgendwie sind wir nicht mehr in Erinnerung. Aber hier war ich dann wieder in der Pathpipe. Oh. Oh, ich seh das auch. Mit einem Schlag oder mit zwei? Mit einem. Mit zwei wahrscheinlich. Boah, boah, boah. Nein. Guck dir an. Knapp. Bist du mich jetzt schon überholen? Ja, mit einem Schlag. Cliffhanger. Bin zu langsam. Oh, 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 oh. Du bist drüben. Was macht das Loch? Das Loch geht direkt zum Ziel. Wieso schaffe ich das nicht da drauf? Wo drauf? Ah, meint. Musst du gucken. Oh, ist ja. Gut, das passt. Ja, ich bin aber jetzt durch das Loch. Ja. Über die... In das Loch. Jetzt bist du weg. Jetzt bist du am Anfang. Hallo, wirst du mich verarschen? Bisschen. Finde ich gar nicht. Oh, ich seh da noch eine andere Map noch. Den ganzen Voraussprung. Total. Du machst das mir ein bisschen einfach. Ein bisschen einfach. Nein. Oh, das ist doch immer so, dass ich am Anfang voll gut bin und dann... Kann man dagegen schießen? Ui. Ich bin unter der Bahn. Nein, 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 nein. Bleib stehen. Bleib stehen. Hä? Was ist da rüber? Ja. Aber ich war einmal unter der Bahn und einmal... Äh, ja. Ich auch. Ja. Was ist mit so viel Schmackes? Das... Oh, der war gut. Oh, jetzt bin ich zu weit. Oh, oh, oh. Der nochmal drauf? Der. Ach, komm. Da vorne ist wieder raus. Komm mal rein. Nein, so knapp! So knapp! Ich war drauf. Ich war drauf. Das ist ja doof. Muss ich jetzt auf das Fass oder nicht auf das Fass? Nein, drüber. Ja, aber mach ich doch. Also ich hab so stark geschossen, dass ich hinter dem Fass das erste Mal ins Wasser gelandet bin. Ja. Aber es fahrt doch bei mir ein paar Mal dauert. Ja, stimmt schon. Ich schaff die Map nicht. Noch zwei Schüsse. Ja. Oh. Immer so knapp, weißt du? Sie sind unten dran, da hängt sie. Hätte ich mal nur 15 eingestellt, ne? Ich hab keine Ahnung, wo ich hin muss. Nicht da hin. Oh, da geht's nicht lang. Ich muss sanft schlagen. Ich hab da hinten ein Looping. Dann bin ich nicht gewohnt. Oh, mehrere Looping. Oh, oh, oh. Ach, da geht's schneller. Oh. Hä? Nein, nein, roll es runter. Ja. Wo steht er hin? Und so? Da hoch? Hä? Okay. Okay. Ja, ne. Muss da lang. Ja. Mir hinterher anscheinend. Komm dir mal hinterher, ne? Oh, ich bin zu hoch. Ach, verdammt. Ja, grad noch so liegen geblieben. Nein! Ich war im Loch. Oh. Ganz, ganz knapp. Oh. Oh. Ich verfehle das Loch. Ganz, ganz knapp. Einfach nur da hoch. Einfach nur, ja? Nein, wieder zu schräg. Ja. Doch getroffen. Ja. Und du musst es natürlich wieder schaffen. Meiner ist da wieder rausgesprungen. Oh. Oh. Wie ich gewonnen habe. Mit 13 Punkten Vorsprung. Wie schlecht. Besonders hier. Ab der 14. Ja, das. 15, 16, 17. Ja, das. Ab da ging es bei mir bergab. Ab da habe ich aufgedreht. Ja. Okay, das war's mit der Folge. Bis zum nächsten Mal. Schaut wieder rein. Ciao. Tschüss. 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 10, 15, 17.